Ich habe vor ein paar Wochen gesagt, dass ich von einem Sprichwort ausgehe, das in Brasilien sehr oft gesagt wird, Regierungen und Politiker funktionieren wie ein Bohnentopf. Sie funktionieren nur im Interesse der Mehrheit, wenn richtig von unten angeheizt wird. Das stünde ich immer wieder fest, wenn ich in Bayern bin. Denn ich habe am Donnerstag die Diskussion im Bundestag verfolgt. Und da haben die CSU-Politiker sich leider nicht gemeldet zu dem Thema, als es darum ging, den Anbau von Monat 110 in Deutschland zu verbieten. Und noch schlimmer, ich habe Beifall gesehen, als die CDU-Politiker vor die Gentechnik gesprochen haben. Deswegen ist es vielleicht nochmal wichtig zu sagen, der Widerstand hat sich so stark erweitert, aber er muss sich noch viel stärker erweitern. Denn wenn wir es zulassen, dass Gen-Mais angebaut wird, mal erst ausgesät wird, dann können die Politiker später wieder sagen, die Bauern haben es schon ausgesät, wir können jetzt nichts mehr tun. Und das ist die weltweite Strategie. Es nicht zu verhindern, dass es ausgesät wird und später so tun, als ob die Bauern ja dafür wären. Es sind nicht die Bauern, die dafür sind. Es sind auch nicht die Verbraucher, die dafür sind. Es sind ein paar Konzerne, die Chemieindustrie, die Lobbyisten beauftragt, die sich noch als wissenschaftlich in die Öffentlichkeit bringen und gegen das Interesse der Mehrheit es durchgesetzt haben, dass es eine Kontamination auf der Welt gibt. In vielen Ländern der Welt kann man nicht mehr zurück. Und das ist ganz schlimm, weil man nicht wusste, worum es geht. Wir wissen nach zehn Jahren ganz viel, worum es geht. Und deswegen gehe ich davon aus, dass ein Bauer nicht das Recht hat, ein Schaden, dann anderen Bauern und der gesamten Gesellschaft abzurichten, wenn diese Technik keinen gesellschaftlichen Nutzen hat. Ich werde auch nicht mehr behaupten, dass wir zu wenig Forschung haben, obwohl wir viel mehr Forschung brauchen. Wir haben genügend Argumenten, um die Gentechnik abzulehren. Die Agrogentechnik ist eine gescheiterte Technik. Die funktioniert nicht mehr in den Ländern, in denen wir damit versucht haben. Die herbizidresistenten Pflanzen reichen nicht mehr aus bei der Unkrautbekämpfung, weil neue Unkrauter entwickelt wurden, neue Resistenzen gebildet wurden, die es viel schwieriger machen, mit dem Unkraut zurechtzukommen als vorher. Dasselbe sehen wir bei den insektenresistenten Pflanzen. Der einzige Vorteil war, dass man dadurch besser ein Maiszünstler bekämpfen könnte. Leider wissen wir, dass ein Maiszünstler auch schon resistent ist gegen diese Pflanze, gegen Bacillus de Linguensis, wie er in diese Pflanze eingebaut wurde. Und wir haben nicht mehr den einzigen Vorteil, den die Gentechnik noch haben könnte. Jetzt haben wir nur Nachteile. Wir haben geringere Erträge, wir haben Pflanzen, die schlechter sind, die eher angegriffen werden von Krankheit, also von Parasiten, die Krankheiten verursachen, und zunehmende Schädlinge, was alles im Sinne der Industrie ganz gut passt, aber für die Mehrheit der Gesellschaft eigentlich nichts bringt. Leider ist es aber auch noch so, dass diese ganze Erfahrung, die wir in diesen Ländern schon haben, völlig ignoriert wird von den meisten Wissenschaftlern auf der Welt. Und dass die meisten Schlagzeilen, die immer noch in der Presse stehen, darauf hinweisen, dass man durch die Gentechnik eine schöne Zukunft haben könnte, in der die Pflanzen jetzt ertragreicher sind, besser gegen Schädlinge geeignet werden, und dass man dadurch den Hunger bekämpfen könnte. So diese Argumenten stehen immer noch in der Presse, und es gibt kein Beweis dafür. Es gibt nur Zukunftsreden, Versprechungen, dass die nächsten Generationen von Pflanzen das wieder erreichen könnten. Die Pflanzen, die heute auf dem Markt sind, seit sehr vielen Jahren haben gezeigt, dass es das Gegenteil ist, was man sieht. Und das können wir wissenschaftlich beweisen. Es geht nicht mehr um eine Glaubensfrage, wie ich es letzte Woche hier gehört habe in diesen Gegenden. Es geht darum, dass eine Minderheit von Wissenschaftlern sich durchgesetzt haben in der Welt, mit Behauptungen, die man nicht nachweisen kann. Und leider haben sie es auch so geschafft, weil eine riesige Lobby dahinter steckt, und das sind die Wissenschaftler, die dann gerade die Beispiele und die Zahlen, die Daten für die Politikern liefern. Denn die Politikern haben meistens auch keine Ahnung von dem Thema. Und das ist auch schlimm. Wenn ich das verfolge, was die Diskussion im Bundestag war, am Donnerstag, dann ist es unter dem niedrigsten Niveau gelaufen. Und das soll Wissenschaft sein. Ich gehe aber nicht davon aus, dass wir es in der Wissenschaft schaffen werden, die Gentechnik zu verhindern. Wir wissen, dass die Profitinteressen eigentlich in der Geschichte die Vernunft besiegt haben. Und das wird auch diesmal der Fall sein, wenn wir nicht aus dem Wissen, was wir schon haben, eine Bewegung machen. Und durch diese Bewegung es schaffen, dass die Politiker zu anderen Entscheidungen kommen. Und das ist ganz dringend, auch vor dem, vor der Aussaat. Weil danach ist die Kontamination schon da. Wir verhindern ja durch die Agrogentechnik den Widerstand selbst, indem die Agrogentechnik die biologische Vielfalt verringert. Die einzige Chance in der Landwirtschaft Autonomie zu haben, ist die Bewahrung der biologischen Vielfalt. Und gerade das wird durch die Agrogentechnik zerstört. Und es wird in dem Sinne zerstört, weil die Bauern gezwungen werden, das anzubauen, was sie meistens schon in der Welt wissen, dass es nicht funktioniert. Also es ist eine Technik, die weder die Bauern wollen, noch die Verbraucher. Und wenn es aber verhindert wird, dass die Bauern anders produzieren, dann wird es verhindert, dass die Verbraucher noch auswählen können, was sie eigentlich als Nahrung haben möchten. Und das ist der wichtigste Ansatz. Ich komme aus einem Land, das berühmt ist für die Soja-Exporte. Und das ist wichtig für mich hier zu sagen, Brasilien ist in der Lage, ganz Europa mit Gentechnik freier Soja zu versorgen. Anderes als immer behauptet wird, hat Brasilien mindestens 40% Gentechnik freier Soja von einer jährlichen Ernte von 54 Millionen Tonnen. Das müsste für ganz Europa ausreichen. Und genau da haben wir ja das Schlupfloch, das durch Futtermittel die Gentechnik in die Nahrung hineingekommen ist. Und es waren Gesetze, die das erlaubt haben. Und es waren Politiker, die dafür waren. Und diese Politiker müssen so unter Druck gesetzt werden, dass sie wieder zu Entscheidungen kommen, für die sie auch gewählt wurden. Im Interesse der Mehrheit. Vielen Dank. Vielen Dank. Applaus